No Hard Feelings präsentiert sich als Mischung aus Coming-of-Age-Drama und den fröhlich-frivolen Sex-Komödien der späten 90er und frühen 2000er Jahre, wobei sich der Film nie entschieden genug ins Tragische wie ins Schlüpfige wirft und so am Ende eine unausgegorene Nummer bleibt, in der sich beide Genres in den schlimmsten Momenten gegenseitig zu negieren scheinen und wo selbst ein Full-Frontal-Einsatz von Jennifer Lawrence nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass das alles doch sehr brav und bieder ist. Apropos Lawrence, sie ist Herz und Highlight dieses Filmchens, macht sich mit so viel Werf und Lust zum Vollhonk und trägt jede noch so seltsame Drehbuchidee mit derart vollem Körpereinsatz mit, dass die Frage, was die Verantwortlichen gegen sie in der Hand haben müssen, damit eine profilierte, mehrfache Empfängerin der ganz großen Schauspielpreise sich zu einer entschärften Variante von Eis am Stiel und American Pie hinreißen lässt, lauter und lauter in meinen Ohren nachhalte, je mehr dieses Ding voranschritt. Nur Hard Feelings hat durchaus seine Momente, manches ist aufrichtig amüsant, anderes durchaus schnuckelig, aber unterm Strich fand ich hier nichts, was mich zu einer dringenden Sehempfehlung nötigt. So und mit dem Aufmärkungen ist, dass wir das Ding vorhören können, auf dem Musik vorhören solltest du Geist erhaltig, also können wir den Säde unterhalten, und dann können wir es die Schweizerdee mit dem, wie es die Grund zurücksiteiten gespürt und das Ding vorhören. Und dann können wir das Ding vorhören, wir können uns einstellen, wie es ihr hier vielleicht freineret, wie es ihr hier nicht, aber das Ding vorhören! Und dann können wir es nicht gehen. Und dann kann ich judging das Feld,